Skurriler Überfall in einer U-Bahn in New York. Aus einer Gruppe knallgrüner Gestalten in Bodysuits greifen plötzlich mindestens sechs Frauen zwei Teenager an. Bei den Opfern sollen Kreditkarten, Handys und andere Gegenstände fehlen. Andere Passagiere schauen perplex zu, andere filmen den absurden Vorgang reaktionsschnell. Zu Hilfe kommt den Mädchen jedoch niemand. Wer die grüne Gruppe ist, warum sie so brutal zugeschlagen hat, unklar. Die New Yorker Polizei ermittelt. Die beiden 19-jährigen Überfallopfer werden verletzt. Prellungen, Bisswunden und sogar eine Gehirnerschütterung müssen im Krankenhaus behandelt werden.